Ich sage, schade, dass sie Zeiten gibt, aber Gott sei Dank, dass sie es gibt. Sie hat mir viel geholfen. Ich habe jetzt ein Praktikum, war für Aufmerkauf und ohne Hinzunkunst wäre ich nicht da, wo ich jetzt bin. Genau, und ich freue mich einfach, dass es Hinzunkunst, also irgendwie ist es schade, dass es schon so lange Hinzunkunst geht, aber irgendwie ja auch toll. Und ja, ich hoffe, dass es weiter so funktioniert und noch besser wird und mehr Kunden und so, auf jeden Fall. Und ich wünsche Hinzunkunst noch weitere 20 Jahre und mehr. Und sie soll so bleiben, wie sie ist. Alles Gute Hinzunkunst und noch mal 20 Jahre mindestens. Und wir freuen uns alle, dass wir praktisch angestellt sein dürfen und ihr für uns immer da seid, Stefan, alle hier. Und herzlichen Glückwunsch und macht weiter so. Wir sind dabei. Ich finde es auch schön, dass es Hinzunkunst überhaupt schon so lange gibt. Ist eine gute Aktion. Ich selbst mache eine Ausbildung, verkaufe ja auch selbst abends noch die Hinzunkunst. Und ich bin auch selbst ganz froh, dass es die Hinzunkunst gibt, weil ohne die Hinzunkunst könnte ich meine Ausbildung auch nicht richtig machen. 20 Jahre ist eigentlich schon ein großer Moment, sage ich mal so. Weil niemand damit gerechnet hat, dass wir 20 Jahre feiern. Denn Hinzunkunst sollte sich ja eigentlich selbst auflösen. Aber da die politische Lage das nicht hergibt, werden wir wahrscheinlich noch 20 Jahre bestehen. Natürlich. Ich danke meinen Kunden und bin froh, dass es es gibt hier, weil sonst wird es schlechter um mich stehen. Ich habe auch meine Stammgrundstab um Circus Weg beim Aldi. Und auch den anderen allen herzlichen Dank. Und kommt immer wieder, kauft die Zeitung. Ist eine gute Zeitung und wünsche allen alles Gute und vor allem Gesundheit. Alle, die mich kennen, möchte ich hier danken, dass sie mir die Treue so lange gehalten haben, seit 20 Jahren. Denen danke ich, dass die mich jeden Monat so gut unterstützen. Dadurch kann ich auch meine Miete zahlen und kann auch meine Ausbildung weiter fortführen. Ja, auf jeden Fall danke, dass sie immer wieder vorbeikommen und Zeitung kaufen. Das ist echt toll. Ohne sie würde es uns nicht geben und ich könnte nicht mein Leben so finanzieren, wie es möglich ist. Genau. Dankeschön. Und ich danke nochmal und gratuliere an Hinzunkunst. Chapeau.